Hallo, ich heiße Ina. Ich lebe in Atlanta, Stadt Georgia, USA. Meine berufliche Tätigkeit unterscheidet sich von dem, was ich in der Bewegung Alatra mache. Bei der IGB Alatra habe ich angefangen zu übersetzen. Das ist das, was ich noch nie gemacht habe. Wir alle sind in der Bewegung in verschiedenen Bereichen und Projekten tätig. Ich mache alles, was nötig ist, sei es einen Text zu übersetzen oder eine Videodatei zu vertonen. Jeder erfüllt seinen Teil, so wie es nur geht. So arbeiten wir alle zusammen. Bei der Bewegung Alatra mache ich verschiedene Sachen. Wie ich schon gesagt habe, früher habe ich noch nie Texte übersetzt. Das ist für mich eine neue Erfahrung. Genauso die neue Art des Zusammenwirkens, Zusammenhalts des Teams, wo es keine Leitung gibt, wo keiner dir etwas vorschreibt. Und alle arbeiten zusammen und gemeinsam. Es ist eine wunderbare Art, gemeinsam tätig zu sein. Wenn die Gruppe sich ein Projekt vornimmt, packen alle mit an. Wir vereinen unsere Kräfte und helfen jeder, wie er kann. Meistens sind das Aufgaben, die unbedingt erledigt werden müssen. Die Bekanntschaften sind hier sehr von Nutzen. Wer kennt wem? Derjenige gesellt sich zu uns und wir arbeiten gemeinsam weiter. Was die Finanzierung angeht, denn man braucht Mittel, um Projekte zu realisieren, hilft jeder materiell, wie er kann. Wer keine materielle Unterstützung bringt, hilft anderweitig aus. Wir vereinen unsere Kräfte und machen alles Nötige, um ein Projekt zu realisieren. Keiner gibt was vor. Alles kommt vom Inneren, der Seele. Die Teilnehmer in unserer Gemeinschaft sind unterschiedliche Konfessionen. Moslems, Christen, Baptisten. Ich gehöre keine Konfession an. Ich glaube einfach an einen einheitlichen Gott, wessen Teilchen ich bin. Deswegen glaube ich, dass alle Menschen die Teilchen des einzigen Gottes sind. Wir sind eins. Für mich ist unwichtig, zu welcher Konfession ein Mensch geschirrt. Ich suche in einem, was uns vereint und nicht, was uns voneinander unterscheidet. Und diese Einigkeit ist Gott. Die Tätigkeit in der IGB AllatRa hat mein Leben sehr verändert. Ich habe gelernt, mit anderen Menschen zu arbeiten und zusammenzuwirken. Und mehr für die anderen zu machen, als für sich selbst. Es ist eine sehr große Veränderung. Mit allen Teilnehmern der IGB AllatRa vereint mich, das Streben, Gutes zu vollbringen. Der Wunsch und Bedarf, diese Welt für uns alle besser zu machen. Und wir glauben, dass wir ein Teil des Ganzes sind. Und das vereint uns. Die Arbeit an sich selbst jeden Tag vereint uns ebenso. Es ist das, was die Menschen verändert. Und auch verändert alles um uns herum. Für mich ist die Bewegung AllatRa die neue Epoche, auf die alle warten. Sie ist da. Wir bauen schon die Gesellschaft auf, wo Güte und Liebe herrschen. Wo es kein Böses gibt und nur die Liebe weilt.